hallo meine lieben ihr werdet jetzt zeuge von der ersten zeitreise wir haben nämlich das artmobil umgebaut zu einer zeitmaschine und wir haben wie bei zurück in die zukunft den flugskompensator neu entwickelt dann könnt ihr hier sehen das funktioniert alles top und wir haben auch hier schon eingestellt wir wollen ins jahr dezember 03 2030 fahren weil wir wollen schauen was atome bei der cs 12 version alles so zu bieten hat dann probieren wir mal ok ok wobei wir müssen plutonium einschalten ok was ist passiert ich bin älter geworden ich sehe gut aus so so Untertitelung des ZDF, 2020